Der LG 65 NANO869PA Der 65 Zoll Fernseher von LG bietet 4K Qualität mit 3840 x 2160 Pixeln. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz steht der schnellen Wiedergabe von Inhalten nichts im Weg. Für den Fernsehempfang ist der TV mit einem Triple-Tuner für den Empfang von DVB, T2, C und S2 ausgestattet. Der Fernseher basiert auf dem Betriebssystem WebOS 6.0, das 2021 auf den Markt gekommen ist. Die ergonomisch geformte Magic Remote ermöglicht eine einfache Steuerung durch Zeigen und Scrollen. Dies ist eine Bewegungserkennung, die es ermöglicht, mit der Hand durch die Menüs des Fernsehers zu navigieren. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören 4 HDMI-Anschlüsse, 3 USB 2.0-Anschlüsse, ein Kopfhörerausgang, eine digitale Audiobuchse, ein LAN-Anschluss und ein CI-Plus-Steckplatz. Für die kabellose Verbindung von Kopfhörern verfügt der LG-Fernseher über Bluetooth 5.0.